Kommen wir zum Video heute. Und zwar ist es Bilo mit der Storytime mit Julian Brandt. Ich bin sehr gespannt. Bei jedem Fußballer, also es gibt gefühlt keine normale Geschichte. Mich interessiert gefühlt jede Fußballgeschichte, weil jeder hat so seine eigene Story, wie er es hoch geschafft hat. Ich bin voll gespannt jetzt. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mal wieder Storytime. Und ich glaube, heute haben wir den größten Gast, muss man einfach mal alles so sagen, an meiner Seite. Und zwar Julian Brandt. Frisch eingezogen ins Viertelfinale gestern. Ich bin ein richtiger Fan von Julian Brandt. So ein geiler Fußballer. Champions League, PSV rausgehauen. Erstmal Glückwunsch. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Warum sagt man PSV eintaufen? Man sagt PSV, oder? Wieso sagt man PSV? Ist niederländisch? Ah, okay. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Dass wir jetzt ein bisschen quatschen. Wir sind beide wohl gleicher Jahrgang. Heißt, die haben wahrscheinlich schon mal zusammengezockt oder gegeneinander. Also Julian kennt ihn wahrscheinlich von früher. Weil Bilo wahrscheinlich besser war als er. Dass du uns ein bisschen zu deinem Werdegang erzählst, der interessiert mich auch selber. Weil wir haben ja damals auch oft gegeneinander gespielt, auch miteinander gespielt kurz. Und ja, du kannst gerne mal erzählen. Oder weißt du was? Erzähl mal erstmal, wie fühlst du dich jetzt an, weiter zu deiner Champions League und wen erhoffst du dir jetzt? Einfach mal direkt reinstarten. Erstmal ist es ein geiles Gefühl, ins Viertelfinale zu kommen. Ich hatte das tatsächlich vor zwei, drei Jahren. Und dieser schmierige Pullover von Bilo. Wie heißt das? Strickpullover? Wolle. Hier war aber Corona. Und da haben wir in City im Viertelfinale gespielt. Das war echt beschissen, die Zeit und sowas, wenn das Stadion leer ist. Gerade hier in Dortmund. Vom Oma. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ich glaube, die, die im Stadion waren, das ist schon besonders. Ey, Shoutout an Jule, dass er meinen Cap trägt, Digga. Wenn man ein Achtelfinale oder ein Viertelfinale in Dortmund hat, dementsprechend bin ich da tatsächlich jetzt sehr gelassen. Ich weiß nicht, wie es dir gewesen wäre, wenn wir rausgeflogen wären, Digga. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie auf den Chat finden. Hätte ich wahrscheinlich eine Miene gezogen, ja. Aber am liebsten wünschen, tue ich mir tatsächlich Arsene, ja. Ehrlich, ja? Warum Arsene? Zum einen, weil ich da noch nie gespielt habe, weil ich natürlich auch... Habt ihr früher auch, kennt ihr noch die IfNanas, Chat? Wer sind die IfNanas? IfNanas so cool. Ja, Mann. Früher haben, also IfNanas, ich weiß nicht, wieso die so hießen, aber Kai Havertz, Julian Brandt, Sam Schreck und Mitchell Weiser? Wer war das? Die vier haben immer gestreamt. Fortnite. Das war echt lustig. Sam ist bei Bielefeld jetzt? Ah, okay. Das ist gar nicht. Wenn ich zwei Leute dort kenne, die da spielen, genau. Aber gerade auch, weil ich habe jetzt in Tottenham, in Chelsea haben wir gespielt und Arsenal ist tatsächlich so ein bisschen so ein Fleck, den man noch nicht so betreten hat. Und ich habe da einfach... Ich würde das gerne mal erleben. Also unabhängig davon, ob jetzt... Manchmal die meisten wünschen sich so den schwächsten, vermeintlich schwächsten Gegner. Aber ich denke mal auch, dass es viele Mannschaften gibt, die sich uns wünschen. Aber ja, ich glaube, Arsenal würde in Ganas spielen. Wer ist der schlechteste Gegner in der CL? Im CL-Viertelfinale? Wer ist denn jetzt noch da? BVB, Atletico, PSG, Barca, Real City, Bayern, Arsenal. Es ist Dortmund, ne? Ja. Atleti? Nee. Ich sage Dortmund, dann PSG, dann Atletico, dann Barca, dann Arsenal, dann Bayern, dann Real und City. Bruder, ich bin so gespannt darauf, auf Real und City, wie die Gegner spielen. Okay, dann gehen wir mal komplett zurück. Wo hast du angefangen, Fußball zu spielen? Wer hat dich dazu gebracht? Ich glaube, du hast bei Borgfeld angefangen. PSG? Seid ihr so gut? Ja, genau. PSG hat eine ungeschlagene Serie. Ja, aber in der League 1. Gegenwie haben die dann gespielt, wer gut ist? Ich wollte mir sagen, also ihr sagt, PSG ist klarer Favorit gegen Barca? Ich sage nicht. Ich sage Barca gewinnt. Ennitza, Sociedad, wow. Die sind doch jedes Jahr ungeschlagen in der Liga. Newcastle, 1-1. Das finde ich jetzt nicht beeindruckend, dass sie eine ungeschlagene Serie haben. Ich bin in Bremen geboren, habe irgendwann mit 5, 6 Jahren angefangen zu spielen, auch relativ unerfolgreich, also so wie man es halt macht als Kind, irgendwann zu kicken, dich für den Ball zu interessieren. Ja, wie gesagt, ohne... Warum musst du das wissen? Irgendwie, dass du da Punktspieler hast, aber einfach nur ein bisschen Bewegung als hyperaktives Kind, so wie man dann 5, 6 ist, hatte irgendwann dann... Ich wollte gerade sagen, man erkennt die immer, das ist er. Man erkennt irgendwie schon, bei Kindern, oder wenn man den Erwachsenen kennt, wenn man Kinderbilder von denen sieht. Man erkennt das voll gut, finde ich. Also müssen wir eigentlich prädikten können, wie der jetzt zum Beispiel aussieht. Irgendwann geht sowas safe, außer Frisur halt. 7, 8 wurde mein Dad dann Trainer, das war Fluch und Segen zugleich, weil es hat Spaß gemacht, meinen Jungs dann zu zocken, aber gleichzeitig war ich natürlich auch so ein bisschen derjenige, der am meisten kassiert hat dann, gerade von ihm. Ja, die Jahre sind so ein bisschen fortgestanden, hatten echt viel Spaß, war noch eine gute Truppe. Wir haben uns sicherlich dann auch schon ein, zwei Mal gesehen, ohne dass du es jetzt dann mitbekommen hast, aber auch so... Bestimmt auf Hallenturnieren oder sowas. ...auf so Turnieren oder sowas. Aber wir haben uns auf jeden Fall auch ein bisschen nationaler schon vorgefunden. Krass. Und ich glaube, ich bin dann irgendwann zwölf, dreizehn, bin ich mit meiner ganzen Mannschaft zum anderen Verein gegangen. Ihr hört jetzt die Geschichte von einem erfolgreichen deutschen Fußballer, Alter, okay? Ehrlich jetzt? Alle eingepackt, alle Spieler, plus Trainer. Plus der Vater? Ja, immer noch Trainer. Genau, wir wandern dann zusammen und sind zum anderen Verein gegangen sozusagen. Höhere Vereine dann in der Stadt? Genau, die haben eine Liga höher gespielt halt. Dann war ich da nach zwei Jahren, genau. Und dann in der Zeit bin ich dann über den Fußballverband, Antrimer Fußballverband, hatten wir in Duisburg die Geschichten und sowas und dann in die Nationalmannschaft. Oh, Davio! Und dann mich im Sommer dann nach Wolfsburg. Du bist über den Stützpunkt? Genau, wir hatten ja diese, ähm, in Duisburg-Wedau, die Geschichten. Mit dem, wo er toben ist, in Duisburg? Genau, genau. Da, wo jemand von uns was runtergeworfen hat? Janni, Janni, wie wirst du, ja. Janni, die kennen Janni! Bescheuert, ey. Die Geschichte hab ich auch schon mal erzählt. Der wurde raus, der hat vom Turm was runtergeschmissen. Hat, glaub ich, sogar einen Trainer irgendwie getroffen oder irgendwie. Natürlich waren's wieder die Berliner, hä? Der war nah dran, oder sowas. Der war bei Hertha gewesen, ist dann rausgeschmissen worden. War auch nie wieder irgendwie was von ihm bei der Nationalmannschaft gehört. Stimmt, jetzt wo du's erwähnst. Aber der war eins, das Spiel. Janni Regese, ja. Der war auch, der war auch komplett Berliner. Komplett verrückt. Janni wurde sogar relativ früh dann Profi bei Hertha. Als einer der Ersten, zu denen ich so Kontakt hatte. Weil er war so zwei Jahre älter als ich. Und dann war so ein bisschen greifbar. Nach Hani. Ähm. Und dann ist er relativ früh zu Frankfurt gewechselt tatsächlich. Und irgendwann war er dann in der slowakischen Liga bei so einem schlechteren Verein da. Ich dachte so, was ist jetzt los? Wie viel hat er ja gemacht tatsächlich, ne? Ja, er hat. Boah, ich kann viel über ihn jetzt erzählen. Leider. Bisschen. Ja, wir hatten da ja ein, zwei. Wir hatten ja mehrere Berliner tatsächlich. Dann kannst du aufhören, diesen E-Mail zu spammen, bitte. Ey, da. Findest du meinen Raum? BC Customs. Dankeschön für fünf Wohl, äh, für fünf giftet an die Community. Vielen, vielen Dank. Thanks, thanks. Appreciate the load. Äh. Yeah. Ich ja auch in der Nationalmannschaft und über die Jahre, aber auch, das war immer, war tatsächlich immer witzig, ja. Ja, wir waren nicht immer alle ganz leicht, das stimmt. Aber, wie gesagt, also dann, genau, es war, ich glaube, erst war es damals um 14.15. Bad Blankenburg und dann war es Duisburg und dann die ganze Nationalmannschaft. Aber von der, von der, also bis vom Borgfeld zu Oberneuland. Oberneuland. Genau. Aber war auch schon direkt dort so, dass du so direkt schon gemerkt hast, du warst also stark, besser als die anderen? Nee. Also auch, weil dein Vater ja Trainer war, weißt du? Da denke ich dann immer so, weil du gerade gesagt hast, Fluch und Segen zugleich. Nichtdank für 10 Monate. Ähm. Ähm. Äh. Edda, bitte. Lass Smilies bitte weg. Ähm. Was ist mit Edda los? Keine Ahnung. Jürgen zu unten? Wenn der Vater Trainer ist, ich glaube, das ist schon nochmal was anderes. Ähm. Ich, ich, ich zum Beispiel war, ich zum Beispiel war bei Berlin so, ich war Nummer 10 und so und ich dachte schon so, yo, ich bin einer, der ist im Target. Mich beobachten die. Okay, ich war schon davor halt ein paar Mal eingeladen. Ähm. Ähm. Aber, so einfach so vom, ja, Nummer 10, Haare frisch gefärbt, frisch, äh, Strich reingemacht in Haare, äh, Handgelenk tape, neue Schuhe, Nike-Vertrag, papp, ich bin da, so. Was du drauf hast und dich halt mehr so, mehr rauskitzeln will, weißt du, was ich meine? Also sagen wir es mal so als Beispiel, ich glaube, wenn, und viele, die, die Väter als Trainer haben, die können das so ein bisschen ganz gut beurteilen. Also sagen wir mal so, du hast ein Spiel, nicht im Ramadan, hallo. Dann kommt von ihm halt nix, also kommt weder gut noch schlecht. Dann ist einfach so, wird akzeptiert. Jaja. Und dann hast du, also wir hatten zwei Trainer, der andere Trainer war da natürlich, ey, war ein geiles Spiel. Wenn du ein ordentliches bis schlechtes Spiel machst, dann weißt du halt von dem spätestens so, du hast halt Schrott gespielt, ne? Und dann, das ist halt so ein bisschen, da war es dann nicht immer ganz einfach, aber wir haben echt ein entspanntes Verhältnis auch, was das angeht, immer gehabt. Und dementsprechend ging das auch alles so. Also, Borgfeld, dann Oberneuland und von dort einfach, ist ja nicht, ist ja, was war es für eine Liga damals gewesen? Weißt du das noch? Ich glaube, wir haben eine unter, also es gab, U15 gab es ja nur Regionalliga, das war es so. Ja, ich passte. Wir waren noch. Und das war in Bremen-Umfeld sozusagen? Das war in Bremen, ja. Okay. Und dann bist du von dort in die Auswahl? Genau, genau. In die Landesauswahl sozusagen? Ich kann mich daran erinnern, da hast du schon bei der U15-Nationalmannschaft gewesen bei Engel? Frank Engel. Ja, genau. Ich kann mich daran erinnern. Aber nicht am Anfang, also die ersten Länderspiele hattet ihr noch gemacht. Und dann, es waren, wir haben die letzten Länderspiele des Jahres, waren glaube ich gegen Portugal. Und das waren die beiden Spiele, wo ich dann dabei war. Ah, okay. Muss man sich mal vorstellen. Sonst, man denkt immer so, du kommst von einer Bundesliga-Mannschaft, NLZ ist ja Obernolern, circa NLZ, ne? In die Auswahl und von da einfach in die Nationalmannschaft, wie war es für dich auch für die Umgebung? Weißt du? Ach, ich hab schon rumgesprochen und so. Also für mich persönlich war es erstmal total surreal, weil das Problem ist, also man bringt sich halt schon noch auch in eine gewisse Position. Ich spiele halt bei einem Stadtteil-Club und dann komme ich in die Landesauswahl und spiele erst mal mit den Spielern von... Mann, Digga, ich kam wieder rauf. Ähm, ich meinte, der war bei Borgfeld oder Ober-Neudorf oder sowas und war von dort bei Nazio? Werder Bremen. Das ist erstmal schon so, wo du sagst, allein auf dem Papier stehen die schon einfach über mir automatisch. Egal wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin, die stehen einfach über mir und du hast auch einen gewissen Respekt. Und wenn du dann aber in der Landesauswahl bist und du hast dann gespielt und dann auf einmal sagen die, ja, du bist quasi von den Scouts, von den DFB-Scouts und kommst dann zum Lehrgang und als ich dann kam und dann die Spieler sehe, das war für mich so ein Moment, ich hab einfach nur meine Fresse gehalten und ich war so ehrfürchtig, weil, weißt du, es gibt so viele Spieler, die kennen sich untereinander, die haben gegeneinander gespielt, man hat schon ein ganz anderes Klima und du bist so gefühlt so, das ist so, du kommst in eine Stadt, wo alle Leute sich kennen, du kommst vom Dorf. So ist das ungefähr, weißt du? Und ich weiß dir, weil du es grad sagst, genau so, ich kann mich schon ganz genau daran erinnern, hat es sich für mich damals angefühlt. Als du kamst, also ich hab mich nicht so daran erinnern können, dass ich gegen dich mal gespielt habe, weißt du, wie ich meine? Weil du sagst, man kennt sich so ein bisschen untereinander. Und du kamst irgendwie aus dem Nichts und bist eingeschlagen wie eine Bombe. So erinnere ich mich. Ja, also das war dann tatsächlich, also nationalmannschaftstechnisch ging es schnell, aber es war, ich kann dir echt sagen, also jetzt dann die Spiele waren gegen Portugal und ich war wirklich, ich hatte keinen Anspruch. Also es war für mich nur so, ich nehme einfach alles mit, weil es ist natürlich eine krasse Erfahrung und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann siehst du... Aaron, danke für 21 Monate. Dankeschön. Hast du nicht schon mal Elden Ring gestoppt? Nein. Ich bin nicht so eine Gaming-Maus. Und ich weiß noch, wir hatten mal bei Hertha, da war ich so um 15 oder so, da hieß es einfach, so heute kommen DFB-Scouts. Oder am Montag kommen DFB-Scouts und ja, seid bereit und so. Bereitet euch gut vor. So, ich gucke, wir kommen da an, wir trainieren, da kommen einfach 20 alte Männer, Scouts, setzen sich an die Seite und gucken uns beim Training zu, wie wir so 4 gegen 4 spielen und alles mögliche, Torschows, was weiß ich. Jeder Scout hatte den Auftrag, einen Spieler zu beobachten, die ganze Zeit, Bruder. Voll krass. Also man hat sich... Bruder, dieses Training, jeder hat so um sein Leben gekämpft und so. Keiner hat gefühlt geredet. Man hat voll die Anspannung gemerkt. Das weiß ich noch. Einer supportet die Girls-Community bei Girls. Oh ja. Hi, Girls. Bald gibt's wieder einen Nägeltalk. Ich hab nämlich meine neuen Gel-Nägel gemacht. Keine Frenchies mehr. Ähm... Und bald gibt's auch eine Pyjama-Party. Die und alle Girls, die Saps sind, sind eingeladen. Girls-Power. Let's go. Period. Think you the shit, bitch. You're not even a fart. It's like... Ich wusste zum Beispiel, es gab 1-2 Sachen, die haben sich schon rumgesprochen. Period. Man kannte dann Timo, weil Timo war eine Maschine, Tore machen so. Es gab dann 1-2 andere noch. Es gab ja dann so Vincent Stemzel noch und sowas. Crazy. Du bist dann am Ende nur so, krass, ich bin jetzt dabei. Ich bin auch so mutig und gebe Gas, aber ich bin jetzt... Ich hab jetzt nicht eine große Fresse und will jetzt der Main-Guy sein. Ja, ich verstehe. Und dann war es am Ende, für mich ist es top gelaufen. Ich meine, ich hab beide Spiele dann getroffen und sowas. Und dann war die 15 Nationalmannschaft schon vorbei. Ja. Dann ging's ja weiter in die 16. Ja, ja. Und irgendwann hast du dann deinen Zuschauern sozusagen erzählt, wie es bei dir war. Und dass du ein unfassbar gehypter Spieler warst. Und ich fand das geil, dass du so ehrlich warst. Und ich glaube aber, dass es... Bisschen asynchron, oder? Manche Zuschauer gibt, die denken, er macht mehr draus, als es ist. Aber ich hab da noch zwei. Jetzt seht ihr es nochmal von Julian Brandt hier. Viel Spaß. Ich kann aber wirklich, ich kann bestätigen, dass Bilal in der U15 eigentlich der Main-Guy in Deutschland war. Das war eigentlich, also... Ich sage dir, die werden jetzt wieder... Langsam. Glaubt ihr es? Hundertprozentig werden sie wieder schreckt. Weißt du was hier mal schreckt? Top 5 Europa. Ja, also... Ja, aber ich kann mich... Nein, danke. Charakter, Bilal. Chat, ihr wisst nicht, was das für ein Achievement ist. Also wenn du... Du bist der Beste in Deutschland in deinen ganzen Jahrgang. Unter so vielen Spielern. So ein Geschwätz. Ja. Ich lege... Warum sollte ich jemand anderen einfach so krass loben? Warum sollte ich das machen? War ein Joke, okay. Und warum sollte Julian Brandt das machen? Erst recht nicht. Wenn Nike Cup war und sowas, du wolltest dann ja Spieler des Turniers und sowas. Ja, besser Spieler geworden, genau. Und im Grunde genommen fingen sie dann ja an auch dich zu vergleichen mit Cristiano und sowas. Ja, die haben komplett übertrieben. Ich mag es gar nicht, wenn ich sowas höre. Aber wirklich ein Cristiano Ronaldo-Spieler. Aber er sah auch so aus. Aber du hast... Wenn du so Freischüsse geschossen hast und so... Ich hab schon nachgehalten. Ich hab schon nachgehalten. War schon brutal. Ja, aber das war so... Wie gesagt, es gab halt so zwei, drei Spieler. Über die hat man halt gesprochen und das waren so... Das war ja so ihr. Bei mir... Eggestein war relativ früh. Paslak. Salih Özcan. Wer war noch so richtig früh? Arne Meier war auch immer. Riedle? Ne. Er war immer Natsio dabei und so, aber jetzt nicht, dass er so ein Ausnahmetalent ist. Maxi... Johannes. Salih Özcan. Kennt ihr ihn? Er ist mein Jahrgang. Ich war da auch Natsio. Haki. Also Haki auch so ganz... Halt Natsio. So, gut. Aber jetzt nicht bei Natsio der Beste und ganz klar gesetzt so mäßig. So gab es nämlich ein paar Spieler. Ich war ja auch. So, ich war auch ein gutes Talent. Aber jetzt nicht übermäßig krass bei der Natsio auch noch. Also es ist ja einmal bist du Top 100 Spieler oder du bist E-Sportler. Aber das ist auch noch mal so ein kleiner E-Sport-Unterschied so. Nerdlich eher auch. Du Timo, Vincent kam eigentlich so noch einen Tick später, aber du hattest halt so die ganzen Speedy und sowas. Weißt du? Das haben wir auch noch alle kennengelernt. Ja klar, das war brutal. Ich meine mit Yassin habe ich dann noch in Wolfsburg gespielt und so. Stimmt, geil. Wenn man unseren Jahrgang anguckt, dann sind wir schon ein sehr gut betufter Jahrgang. Ja, 100 Prozent. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen, weil du sagst... Er war Speedy, er da jetzt Türkis, ja. Die ganzen Bremen-Spieler und so alle aus dem Auswahlteam, die wurden ja nicht eingeladen. Du warst ja eigentlich gefühlt fast der Einzige, oder? Weil wenn ich überlege, ey, die von der Bundesliga, von der Z, werden nicht eingeladen. Und ein Julian Brandt wird eingeladen, der von Ober-Neuland kommt. Ja, also ich kann mich jetzt gar nicht mehr so gut dran erinnern, ob jetzt... Ich glaube, da war keiner von Bremen mit dabei. Wie lange hat denn Dings Brandt da gespielt bei Ober-Neuland? Kann sein, ja. Das spricht dich doch auch dann um in der... Ja, ja, also klar, das Thema war schon ein offenes Geheimnis, dass Werder schon Bock hätte, dass ich dann dafür die spiele. Ich habe tatsächlich auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann das war, 14 oder so mal auch mal ein Probetreten gemacht. Einfach nur mal zu gucken, wie das so ist. Ja. Aber weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie... Hat das nicht so richtig gepasst. War nicht so gefühlt? Ne, und es war tatsächlich auch gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil... Manchmal ist das so, du musst manchmal raus aus deiner Komfortzone, weißt du? Und wenn ich in Bremen bin, habe ich meine Jungs und dann hast du diese Komfortzone. Ich bin dann ja nach Wolfsburg gegangen, das war ein total unbeständiger Schritt. Und das ist ja... Sagen wir immer, Bilo war so gut, dann müsste er doch jetzt locker dritte Liga spielen können. Bilo hat vor... Keine Ahnung, wie viele Jahren, vor fünf Jahren oder so dritte Liga schon gezappt. War dann zweimal Kreuzi. Und das ist ja am Ende das... Wo du sagst, rauskommen aus der Komfortzone, ja. Was dann gut war, ja. Du hast dann Nationalmannschaft, wie gesagt, U15 vorbei gegangen. Dann war U16. Warst du da noch bei Oberneuland oder bist du dann schon gewechselt zu Wolfsburg? Ne, ich bin dann quasi nach der U15 mich gewechselt. Okay, und wie kam es zustande? Also wie... Das ist ja das Krass, also alles ging am Ende über die U15 Nationalmannschaft, weil... Wow. Weil die da fingen dann an, die ganzen Scouts zu sein, zuzugucken. Vom VfL, wir sind vom Pauli, wir sind vom Bremen. Hast du Lust, sich das Internat anzugucken? Mhm. Ich glaube, ich war bei St. Pauli am Nachwuchsleister, hab mir das angeguckt, hab mit denen gesprochen. Okay. In Bremen hab ich halt mittrainiert, ich hab mir das in Wolfsburg tatsächlich angeguckt. Ich bin tatsächlich ein, zwei Vereine auch gefahren und hab mir das angeguckt. Und dann letztendlich? In Wolfsburg war dann der U17 Trainer. Kennst du das, wenn du einen Trainer hast und du weißt, das passt einfach. Ja, ja. Und dann, es war total untypisch, weil von Bremen gehst du dann nach Wolfsburg, wo es ja echt ruhig ist. Das war halt im Grunde genommen, war das der Moment, wo ich dann sagte, und der wird mich jetzt dahin bringen, wo ich mich dann auch nicht irgendwann sehe. Und so ist es auch gekommen dann. Ja. Ja, wenn ein Trainer passt und man sich wohlfühlt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, der war brutal. Ja, oder? Nein, Gugi. Manchmal geht es ja auch einfach nur darum, dass der Spieler sich wohlfühlt, weißt du? 100 Prozent. Du wirst ja sicherlich auch mal einen Trainer gehabt haben. Talent ist was anderes. Der gibt dir einfach das Gefühl, der sagt, Lilian, mach. Ich vertraue dir, mach. Und du denkst dir nur so, tu ein bisschen defensiv, dass du ein bisschen mitläufst und sowas. Aber mach. Natürlich. Kannst rumlaufen, wo du willst. Ich hatte kein Angebot von Barca, nein. Kennst du Lucky Samadzic? Zusammengespielt. Also Leroy Sané und sowas. Vor der 96er Jahrgang, Julian Drax da, Leroy Sané, was weiß ich, da gibt es voll viele. Gegen den Ball bist du bitte auf deiner Position, weil das muss schon ein bisschen Struktur haben. Und auf einmal machst du jedes Spiel zwei Tore. Ab da an lief es ja richtig gut bei dir, ne? Also auch U17 haben wir auch gegeneinander gespielt, Wolfsburg. Da weiß ich noch, ihr wart da mit, wie hieß der Name, Martinez, Palacios? Federico war krank. Der alles verbombt hat. Und ihr wart auch, glaube ich, ihr seid, wie waren die beiden Mannschaften, die so, glaube ich, dieses Battle hatten, ne? Genau, genau, genau. Da warst du auch schon brutal gewesen. Man hat auch voll bei dir gemerkt, du hast körperlich auch voll zugenommen. Ja, ja. Von Oberneuland zu Wolfsburg, NEZ, mehr Training, mehr alles eigentlich. Ja, höhere Qualität auch bei deinen Mitspielern einfach, ne? Ja. Ich meine, du, wenn du so, du passt dich irgendwann dem Niveau an. Und ich, ich hab nie in meinem Leben Krafttraining gemacht bis zum 15. Ich meine, ihr wart alle schon so ein bisschen in diesem System drin. Ja, ja. Weil ich war, ich hab gespielt, weil ich Bock drauf hatte, so. Ich hab einfach ein bisschen mit meinen Jungs gedaddelt, so. Wir waren gut, aber irgendwann war halt das Limit erreicht, so. Besser ging nicht. Ja. Und dann geh ich da und dann kommen die mit mir, sagen, wir machen jetzt, äh, Cooper-Test und Laktat-Test und Krafttraining. Ja, ja. Und ich denk mir, was? So. Einfach nur ein bisschen zocken, so. Bist du alleine hängen nach Wolfsburg oder sind deine Eltern oder deine Familie mitgekommen? Ich bin ein Sinternat drin. Alleine. Ganz alleine. Ja, es war schon strange, also. War auch nicht so einfach. War auch hart gewesen die erste Zeit, oder? Ja, es ist jetzt nicht so weit weg, aber es ist schon eine Umstellung, wenn du mit 15 dann ein Sinternat ziehst. 15 ist hart. Viele auch aus Berlin tatsächlich. Ja, Speedy, Yasin. Junior. Junior? Ja. War das nicht auch zu Wolfsburg? Junior ist später gekommen. Schade. Yasin ist ja auch diesen allerersten in der U19 oder so. Michels Bruder war auch bei Dings. Wusstet ihr das? Ne, wusste ich nicht. Michels Bruder war auch bei Wolfsburg. Wir hatten da noch sehr alte ältere Spieler. Murat Bildritschi zum Beispiel, der kam aus Berlin. Also Jungs. Aber ihr wart ja wirklich richtig gut gewesen. Wir waren brutal. In Wolfsburg waren so viele Türken. Nicht Turunariga. Junior, Ebot Eci. So wie ich es mir in Erinnerung habe, war das die Zeit, wo du richtig aufgeblüht bist. Und jetzt muss ich die Frage stellen. Ja. Ich weiß, oder ich habe wirklich mitbekommen damals, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es bis jetzt nicht fragen können. Hattest du da ein Angebot gehabt von Real Madrid und von Mourinho sogar? Dass du mit ihnen telefoniert hattest? Ne. Mit Mourinho nicht. Oder mit Real? Hatten die nicht mal angefragt nach der U17 oder sowas? Also es gab immer mal wieder so Gerüchte, aber ich habe jetzt nicht mit jemandem telefoniert. Und tatsächlich ist mein Dad auch so, was das angeht, weil der jetzt vieles bei mir begleitet, dass er auch nicht immer alles sofort an den Mann erzählt, weil er weiß ganz genau wie, das weißt du ja sicherlich auch, wie wenn du als 17-Jähriger, wenn dir erzählt wird, dass so ein Verein wie es jetzt Real Barcelona, Bayern, Schüllenflug, schieß mich tot, wenn an dir dran ist, dann drehst du halt ab, ne? Ja. Weil du denkst halt wirklich, dass du dann der Cowboy... Dann denkst du, du hast es schon geschafft. Du bist in der Stadt und das ist halt so ein bisschen, da hat tatsächlich mein Dad echt ein gutes Gespür für gehabt, dass er dann gesagt hat, hey, pass auf, ich erzähle ihm halt das, was ich ihm erzählen muss, weil es ihn ja auch irgendwie dann betrifft, aber ich halte das jetzt auch irgendwie so ein bisschen tief. Also ich habe wirklich so viel mitgekommen rund um deine Person. Also mit Mourinho habe ich nicht telefoniert, das kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Also das gab es nicht. Aber du hattest wirklich sehr viele Angebote gehabt auch, ne? Also U17, du hast ja auch U19-Weispiel noch gespielt, oder nicht? Ich habe das erste Jahr U17 gespielt, bin dann direkt in die U19 hoch, habe dann mit den 94ern gespielt und habe dann noch ein halbes Jahr mit quasi 95er, 96er gespielt, also mit meinem Jahr gespielt. Also U19 noch mal, halbes Jahr? Genau, halbes Jahr. Und im Winter bin ich dann ja gezogen, bin ich nach Leverkusen. Ach, stimmt. Aber haben die dich rausgeholt, also vom Außenvertrag, oder wie war das? Ich kann mich nicht erinnern. Die haben 500.000 Euro Ablöse gezahlt, glaube ich. Habst du da irgendwie Probleme, oder? Ne, Wolfsburg fand es natürlich nicht so geil. Aber in einem halben Jahr später ist mein... Da warst du im Zeitpunkt schon ein Riesentalent da gewesen. Ja, ein halbes Jahr später ist mein Vertrag ausgelaufen. Ach so, cool. Also ich hatte drei Jahre Vertrag und zweieinhalb Jahre war ich dann da. Die haben auch vieles versucht. Ich meine, ich kann mich daran erinnern. Ich habe unter Maggert dann trainiert mit 15. Oh, das musst du mir erzählen, wie es war. Alter. Ja, es war schwierig, sagen wir es mal so. Mit fünf oder bei Profis oder Maggert? Mein erstes Erlebnis mit Felix Maggert war tatsächlich eins, das ich so jetzt wahrscheinlich nicht vergessen werde. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich als real gesehen. Also erstmal war es, es war wieder ein surrealer Moment, wie damals schon in einer U15 Nationalmannschaft, weil es war wieder irgendwie so ein Schritt nach vorne und ich war immer noch 15. Also ich bin in die U17 gekommen, hab dann erstmal, für mich war es krass dann überhaupt schon zu spielen, weil du spielst mit dem 95er Jahrgang. Beides Jüngerer, er kommt von einem anderen Verein und wird direkt zu den Älteren geschickt. Das ist aber untypisch, Alter. Da haben die echt krass viel von ihm gehalten. Direkt, also direkt halt viel gehalten. Komm ich her. Wer bin ich? So weißt du, ich habe jetzt nicht irgendwie den Namen gehabt oder so. Jetzt lass mich lügen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann es war, aber lass es März, Länderspielpause gewesen sein. Kommt mein U17 Trainer und sagt, du trainierst doch nicht bei uns. Du fährst rüber zu den Profis und ich war nur so, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Du bist auch aufgeregt. Jaja, und dann mag er Trainer, bin ich mit dem Fahrrad rübergefahren. Gar kein Plan, wo ich hin muss. So ja, ich soll hier mittrainieren. So und alles klar, ich saß da wie ein Schluck Wasser und dann kommt der Co-Trainer, war Bernd Hollerbach. Also 15-jähriger Mann. Sagt dann, ja, du kannst du einmal zum Trainer ins Büro gehen. Ich war so fertig. Oh nein, nicht zum Trainer. Hallo Herr Magath. Was soll ich dem jetzt sagen, ne? Und dann gehe ich rein, so vorstellenmäßig. Ja, ja. Ich klopfe an, ich gehe rein, Herr Magath sitzt an seinem Schreibtisch und ich sage, ja, ich bin Moin, ich bin Julian und danke für die Möglichkeit, dass ich hier mittrainieren darf. Eigentlich so, ich war auch ein bisschen stolz, weil ich dachte mir so, hast du eigentlich ganz gut geklärt gerade. Ja, ja. Der sitzt da und ich sehe so, also du musst dir vorstellen, da wo jetzt das Licht ist, da stand so ich und vorne hat der noch so einen Fernseher gehabt. Der sitzt so, hört mir zu, guckt wieder an den Fernseher, guckt mich an, guckt wieder an den Fernseher und ich drehe einfach um und gehe wieder raus. Er hat kein Wort mehr geredet. Was? Ich war, ich habe, so habe ich auch trainiert dann am Ende. Bruder, diese Aura, was du für eine Angst hast als Jugendspieler von den Trainern oben. Bruder, der noch so maggert. Alter, der hat danach, Bruder, aber stell dir mal vor, wie er wieder rausgegangen ist, ne? Der Maggert dachte, was ist das für ein Pisser? Was ist das für ein Pisser? Gib mir einen Typen, gib mir einen Chaos, nöte! Was ist so ein Stinkstiefel? Bruder, der Arme, der war direkt gewickt. Er hat direkt, er wurde direkt auseinandergenommen, ohne dass der Trainer was gemacht hat. Also, ich habe halt dann so mit… Bruder, ich hätte nicht mittrainiert. Kann sein, meine Füße wären überkreuzt gewesen danach, wo ich rauslaufe oder so. Bratz Salijamicek und so, mit denen habe ich dann noch trainiert. Alexander Madlung. Wann die Ego noch da gewesen zu der Zeit? Zu dem Zeitpunkt… Madlung, wenn ich halt nicht. Aber die waren, ich habe dann später mit denen trainiert. Also unter Hacking dann, ja. Er war da, ich war sogar kurz davor, zu Wolfsburg zu wechseln. Und ich war bei ihm im Büro gewesen, bei Hacking. Ja? Der war aber ein guter Typ. Der war wirklich auch korrekt. Also, wie ich ihn kennengelernt habe, war auch wirklich cool gewesen. Ich glaube, es war da, wo du dann zu Leverkusen gegangen bist. Ja. Das kann, glaube ich so. Ich überlege gerade, was ich gemacht hätte, wenn ich so in die Kabine reingehe, zu Pal, und sage, ja, danke, dass ich mittrainieren darf. Und er guckt mich an und guckt wieder weg. Okay, bis später, Coach. Bruder. Das ist einfach so komplett. Dein Selbstbewusstsein ist weg. Das ist einfach so. Und er zeigt dir, was für eine Autorität er dir gegenüber hat, Bruder. Weil wenn ein Trainer dich nicht mag oder irgendwas ist, du bist gefickt. Der zeigt einfach, wer die Eier hat, wer die Strippen zieht. Das hat er dir mal kurz gezeigt. 2013, 2014? Ja, 2014. Ja, irgendwie so. Aber der kam auch für mich sehr cool rüber. Ja, ja. Ach, der Dirk Bremser, das ist der Co-Trainer. Das war schon ein cooles Team. Für mich auch. Was du gerade gesagt hast, wo Diego dann da war. Ja. Das war halt mein Kindheitsidol. Also neben Ronaldinho war Diego eigentlich so. Von Bremen halt auch. Oder war der vorher bei Bremen gewesen? Genau. Früher, ja. Wo ich klein war, habe ich dir nur mal zugeguckt im Stadion. Und dann mit dem zu trainieren, war krank. Der war dann nicht mehr so, wie er in Bremen war. Weil der war dann, glaube ich, in Juventus zwischenzeitlich und ist dann wieder nach Wolfsburg. Nein. Aber war heftig. Also, du stehst einfach neben Diego. Krass. Das sind so die Momente. Und das habe ich nicht viel gehabt. Wir haben so checked. Yo, ich bin jetzt auch fast so weit. Jetzt nicht so. Ich saß jetzt nicht neben dem Profi und dachte, krass, das ist der. Oder das ist der. Aber Diego war so. Ja, er kennt er jetzt. Schon geil. Und der war, wenn er Bock hatte, hat er alles kaputt gemacht. Ja, totaler Spieler gewesen. Okay, geil. Dann ging es zu Leverkusen. Wenn er Bock hatte, ist aber auch ein fettes Stichpunkt, ne? Oder hast du bei Wolfsburg schon ein Problem gehabt? Ab und zu, beim Training haben sie Bock. Dann drehen sie kurz auf. Ich würde sagen, sie haben versucht es mit einem kleinen Leckerli. Ich glaube, die hatten ein Spiel gegen Braunschweig oder so. Und dann hieß es, du kannst morgen mitfahren nach Braunschweig, wenn du heute noch dein Vertrag unterzeichnest. Also ab und zu einem Vertrag unterzeichnest. Ja, genau. Und du warst natürlich, als junger Spieler schielst du natürlich nur auf, geil, ich war erst mal im Kader. Und dann habe ich gesagt, das kann ich machen. Bin dementsprechend ja auch da nicht mitgefahren und sowas. Und sie wollten natürlich dann einen relativ schnellen Vertrag auch irgendwann verlängern. Wie ist da dann, Leverkusen haben dich herangetreten so? Also wie? Die hatten, es gab ja Rudi Föller in der, als Sportdirektor und es gab so ein, wie soll ich, ich will mal sagen, ich weiß gar nicht, was es genau war. Mit so einem Rudi zu reden als Jungspieler habe ich schon auch krass. Ich bin nicht schaden, Direktor sozusagen oder rechte Hand von Rudi, das war Michael Rech. Ja, folgt mir auf Instagram. Er macht sehr Bock, das Video zu gucken. Ich finde so die ganzen Geschichten von so Fußballern voll interessant. Bis jetzt hier ist ja noch nichts Außergewöhnliches passiert. Aber einfach interessant, wieso die Werdegänge sind jeweils. Krebowski, Dank von Prime. Da seht ihr mal, von wo die Leute kommen und dass es wirklich gefühlt jeder schaffen kann. Wenn ihr noch in der U15 bei Oberneudorf spielt, dass ihr immer noch hier Champions League Viertelfinale spielen könnt, so. Deutsche Nationalmannschaft, alles Mögliche. Also es ist alles machbar. Da seht ihr mal so Werdegänge. Es ist ja nicht irgendwie einzigartig, sondern es passiert ja voll oft so, so eine Werdegänge. Okay. Und der war so akribisch hinterher, der hat mein Dad alle drei Tage viel geschrieben und sowas. Okay. Und du hast so gemerkt, krass, die haben richtig Bock. Und Leverkusen war für mich auch noch nicht so ganz greifbar so. Du bist so in deinem Spektrum, du denkst halt nur im Norden erstmal, okay du hast Werder. Hast du Rezeball kennengelernt? Ja, wir waren zusammen mit Mykonos trainieren und mit Wiesbaden waren wir einfach einmal mit denen, wo er bei Kiel war, im Trainingslager in Spanien. Fabi sonst. Natsu haben wir nie zusammengespielt glaube ich. Bennett, danke für 23 Monate. Aber ich kannte ihn ja. Wolfsburg. Wolfsburg. Ja, ja, genau. Und auf einmal so, das war so dieser Moment, was ich dir gerade gesagt habe, wo mein Dad dann so kam und dachte so, ja, jetzt muss ich dir was erzählen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ja. Das ist wirklich so. Und dann musst du in den zwei Spielen, wo die Scouts, du bist bei Oberneudorf, in den zwei Spielen, wo die Scouts da sind, wo dich nochmal extra angucken, musst du halt gut sein. Das ist ja völlig random so. Es kann ja passieren, dass du sonst schlecht spielst und dann auf einmal hast du einfach so einen Tag, wo du so zwei Tore machst oder sowas und du spielst gut und dann bist du auf einmal beim Stützpunkt dabei, wo auch wieder die Chance besteht, dass du zur Nationalmannschaft kommst. Spielst du Stützpunkt, die fünf Spiele, die man da hat, spielst du da stabil oder kommst beim ersten Spiel rein, machst direkt ein Tor, beim zweiten Spiel bist du Stamm, danach bist du Stammspieler und dann spielst die letzten vier Spiele auch gut und auf einmal bist du Nationalspieler. Einfach nur mit Hilfe von sechs Spielen oder so. Aber du musst halt in den, im richtigen Moment musst du performen, Glück haben, dass da gerade jemand hinguckt und auf dich achten möchte überhaupt. Ja, war mal Hannover an dir dran. Ja, ich habe fast bei Hannover damals meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Oder was heißt fast, also ich hatte die Option dahin, also ich hatte jetzt keine Gespräche oder so schon gehabt, aber ich habe es halt direkt abgelehnt irgendwie. Ich wollte bei Hertha. Du denkst dir erstmal so, hm, und die waren Champions League, haben Champions League gespielt und sowas, ne, und dann denkst du dir so, okay. Und Levi Nationali zum Beispiel war dann schon ein halbes Jahr früher da und dann haben wir uns mit denen tatsächlich auch getroffen, unterhalten mit Völler und als dann der Völler da saß und so, dann denkst du dir so, oh, geil, ja, wieder geil. Der catch dich da nochmal und so, oh, ein Wahnsinnsmensch, Rudi Völler, ein Wahnsinnsmensch. Ja, und dann fängst du halt an, dir Dinge vorstellen zu können und so ein Gefühl zu entwickeln. Und dann habe ich irgendwann, ging es glaube ich auch erst so, dass die gesagt hatten, ja, im Sommer dann. Ich habe die dann so gesagt, ja, geht nicht auch schon Winter. Kannst du vor allem von dem du Angebot bekommen hast? Ich würde sagen RB Leipzig, aber das war früh, also so 15-mäßig. Sonst, also so konkrete Angebote hatte ich ja nicht mehr, weil ich wollte immer wieder zu Hertha, wenn es drauf ankam, aber die meinten so Top-Voreine aus Belgien, nachdem ich in Belgien gut gespielt habe. Also wahrscheinlich so ein Gent, keine Ahnung, Anderlecht, Lüttich, irgendwie sowas. Ich glaube Lüttich war das. Ich glaube Lüttich. Und Mainz war auch in Belgien irgendwie interessant. Aber ich wollte zurück zu Hertha, weil da war der Ante-Jovic-Trainer. RB war da schon der Bulli, ich weiß nicht, da war ich halt U15. Da war ich so 2014 war das ungefähr. Oder U17, kann auch sein. Ja, so 2015, 16, irgendwie so. Und die hatten da schon das neue krasse Akademie-Gelände, wo jeder hin wollte. Und dann haben die das hinbekommen tatsächlich. Das war der Grat gebaut. Und dann war ich nur noch Modank für elf Monate mit den Profis da. Und das war wieder eine krasse. Lange willst du noch bei Delay-Aktiv zocken, du sagst, ich kann. Da fahren wir mal andere Spieler wieder. Stefan Kiesling, weil er hat die Jungen kaputt gemacht. Ja, ja, der war immer gemeckert. Das war cool. Viele ältere Spieler, die so sind. Genau, genau. Muss ich ehrlich sagen. Noob kein Play. Ich kenne Edi, als er bei SCC gespielt hat. Das war vorher dann sechs. Da war er, keine Ahnung, zehn oder so. Seitdem kenne ich Edi schon. Viele haben sich in dem Griff. Ich sage, es ist gut, aber ich sage dir, manche Spieler, wenn die hochgehen, junge Burschen, die kommen damit nicht klar. Es gibt diese und diese, sag ich jetzt mal. Es kommen nicht alle mit so einem Druck klar. Da ist so ein Älterer, der dich dann so auseinander nimmt auf dem Platz. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Da muss man so ein Gefühl dafür haben, auch wenn man als Älterer. Auf jeden Fall. Eigentlich pushst du ja und supportest, wenn jemand von unten kommt. Die Spieler wissen ja, dass sie brutal aufgeregt sind. Weißt du, was ich meine? Das check ich auch nie. Das check ich auch nie, dass die Älteren nicht so oft korrekt den jungen Spielern Unterstützung geben. Oder ihnen versuchen zu helfen, wie es geht. Aber da merkt man einfach, was es für ein Geschäft ist, das Ding. Niki, Dankeschön für den Raid. Kurs. Mautz, mach mal Shoutout an Niki, dass die reinfolgen bei Niki. Drachtkrieger von uns, der mal besoffen ist. Ich sag bei ihm rein. Ich folge bei ihm rein. Aus Herzen drücken oben. Ja, aber es geht wirklich darum, dass die jungen Spieler potenziell den Platz wegnehmen von den älteren Spielern. Ich wäre zum Beispiel niemals so, ich hätte so, hier, der ist gut. Hier, geil. Du bist richtig geil. Lass mal essen gehen. Ja, so. Scheiß. Keiner redet mit dir. Hier, ich bin da für dich. Was gibt's? Wollen wir was essen gehen? Willst du das und das? Bruder, ich bin voll chillig bei sowas. Wenn er gut ist, sei ihm gegönnt, Bruder. Er hat seinen Verdien zu spielen. Ich würde es für trauriger finden, wenn er so richtig krass ist und alle hacken auf ihn rum und er hat kein Selbstbewusstsein mehr und er muss Tore tragen und er wird die ganze Zeit in die Bitte geschickt und angemeckert bei jedem Scheiß. Und sein ganzes Selbstbewusstsein geht weg und er verschenkt so sein Potenzial, weil er gar keinen Bock hat mehr zum Training zu kommen, bei Hertha zu spielen. Da muss er, weil er bei Hertha null eine Rolle spielt, muss er dann in die vierte Liga wechseln oder so. Kommst zum Training morgen? Ich weiß noch nicht. Ich habe morgen irgendwas vor. Ich habe vergessen was. Ich weiß noch nicht, ob es mittags ist oder abends. Ah, es ist mittags. Ich habe einen Call. Mal gucken, ob ich zum Training komme. Krass finde es, du… Behindert kindlich sowas? Nein, das ist halt der Job. Fußball ist sehr dreckig. Ich bin mal gespannt, was die hier sagen. Ob die überhaupt darauf eingehen. Du ja und supportest, wenn jemand von unten kommt, die Spieler wissen ja, dass sie brutal aufgeregt sind. Ja, ja. Was ich krass finde ist, es gibt mittlerweile Spieler in einem Alter, ich sage jetzt mal 27, 28, 29 aufwärts, die ja was erreicht haben. Und was die Spieler dann oft vergessen ist, was die eigentlich für einen Impact auf einen jungen Spieler haben könnten. Also angenommen, ich bin jetzt so, du bist jetzt ein 16, 17-jähriger Spieler, kommst gerade hoch. Keine Ahnung, ich ziehe jetzt mal auf meine Mannschaft einen Hummel zu dir und sage, du hast halt richtig geil trainiert. Schäfer, die kaufen so… Dortmund holt so Jamie, buy no Gittens. Und die ganzen, so Brand, Reus und sowas, die schreien den alle nur an und was weiß ich alles beim Training. Und da fühlst du richtig unwohl und die verkacken so sein ganzes, keine Ahnung was. Also ich hätte gar keinen Bock auf sowas. So der Grund dafür zu sein, dass du so ein Talent verhinderst einfach. sagt sie gut zum beispiel 28 29 aufwärts die was erreicht haben und was die spieler dann oft vergessen ist was die eigentlich für ein impact auf den jungen spieler haben könnten also angenommen ich bin jetzt soll du bist jetzt ein 16 17 jähriger spieler kostet hoch keine ahnung sagen dass ich sie jetzt mal auf meine mannschaften hummel zu dir und sagte du hast ja richtig geil trainiert weiß dass es diesem jungen spieler gibt wie stolz der dann ist am ende und im gegensatz kann man dazu sagen wenn der dich komplett tötet auf dem platz dann gehst du natürlich auch nach hause und denkst dir hier will ich nie wieder spielen weil ich habe angst und selbstvertrauen ist auch im keller stand jedes spiel jedes training gefühlt kopf an kopf mit dem wiesewitsch bruder ich krieg ellbogen trainer sieht nichts weiter geht sich blute alles gut weiter geht sie nicht weiß nicht krass leverkusen und du hast auch du bist sofort was gespielt oder zum u23 training anstatt zum älteren gegangen ja ich hatte zwar sogar bei den ersten malen wo ich beim profis war da waren im trainingslager war ich das erste mal dabei und dann war das trainingslager war zu ende und ich war das erste mal beim profis mit dabei dann war es wieder training am nächsten tag aber ich bin zu u23 gegangen weil ich keinen bock hatte auf profis das hat mir keinen spaß gemacht oder wir sind nur gelaufen und so und keine ahnung u23 du bist da mit deinen kumpels und so so viel mehr spaß ich habe ein spiel ein spiel ich war so froh dass ich wieder durchatmen kann so in ruhe trainieren kann oder ohne so diese fette leistungsdruck scheiße regionalliga gemacht okay gegen das trainer beleidigt in der jugend oft danach nicht mehr profis bruder wenn du einmal was sagst deine karriere ist gefickt also dann fickt er dich schon fertig und drei tage später hat er gesagt du hast auch glaube ich sogar sofort was gespielt oder ich habe ein spiel ein spiel in der regionalliga gemacht gegen rot-weiß essen und das verstehen sagt nichts gegen euren trainer weil der trainer kann dich ficken wenn er möchte da muss der ist der die mannschaft aufstellt ist nicht so dass du dich dann beschweren kannst der trainer ist voll kacke irgendwo nein du musst mit dem trainer gut sein der trainer muss muss mit dir muss verstehen was du für ein spieler bist musste ich akzeptieren und du musst vor allem sich ihm unterordnen und respektieren was er sagt und am besten immer machen was er fordert wenn er sagt du musst ein bisschen mehr krafttraining machen dann gegen kraftraum ob es alibi ist oder nicht immer gegen kraftraum dass er sieht dass du irgendwas machst dass das du bemüht bist und sagt dann sieht er so hell jeder hat bisschen auf mich genauso mit lehrern und so die können euch komplett ficken ihr müsst einfach nur seit niemals auf krawallos oder sonst was was das bringt euch nichts das bringt nichts auf cool zu tun vor der klasse und irgendwie den lehrer zu beleidigen oder sonst was keine ahnung ob so ein ding ist bei euch gemeint jetzt rein schnurze weil der lehrer gibt euch dann sechs fertig stelle ich mal vor ihr seid lehrer oder ich bin jetzt lehrer und ich sehe so hier ist nämlich meine schulklasse und ich dieser ali da der nacken ich nehme simon simon da nervt mich einfach der fakt immer ab der ist immer im unterricht der redet die ganze zeit mit seinem partner der passt nicht auf der ist am handy dann würde ich sagen bruder kack auf ihn mir scheißegal warum mal ali immer ich ich würde so dann lese ich sein 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 seine gedicht analyse und schreibt einfach mal fünf minus hat mir nicht so gefallen ein bisschen mehr ausdruck mehr kontext und bei bei chantal schreibe ich dann ja gute ansätze genau schöne konjunktion benutzt ja schön schöne gute rechtschreibung gut grammatikalisch geschrieben und dann kriegt er hat eine drei einfach weil ich den einen schüler nicht mag und den anderen schon oder die lehrer können euch ficken deswegen macht nie böses blut mit lehrern und mit trainern allgemein leute die über euch sind chefs was weiß ich und wenn ihr ali seid besonders nicht also ich bin reinkommen ja wie war es war es krass versichert es ging alles sehr schnell du fängst dann gehst du natürlich auch nach hause und denkst dir hier will ich nie wieder spielen genau das meine ich habe angst so ich dann entwickelt so angst und ja selbstvertrauen ist auch im keller und dann naja boah krass leverkusen und dann hast du auch du hast auch sofort was gespielt oder ich habe ein spiel ein spiel in der regional liga gemacht okay gegen rot-weiß essen und drei tage später aber ich ging schalke dann gespielt also ein reinkommen ja krass tatsächlich aber es ging alles sehr schnell du fängst dann du fängst dann tatsächlich an irgendwann so dieses weil jeder denkt dann ja so dieses stadion und die ganzen menschen aber dann was mich überrascht hat war du bist halt damit ich auf dem platz und du blendest das dann schon aus ja und dann habe ich dann irgendwann neun zehn minuten vielleicht gespielt und drei tage später stein ich halt gegen psg auf dem platz und halbe halbzeit das war gegen zlatan also was das war zwei drei tage später das war genau samstag und sonntag war spielen schalke und dann war dienstag mittwoch acht finale chemisee wie schnell er einfach von null auf hundert einfach auf einmal da sein musste ich hoffe du musst auf einmal psg du musst auf einmal psg spiel nachdem du gerade eben erst dein profi debüt gemacht hast krass also du bist einfach direkt auf dem höchsten profi niveau wie bist du mit mit leistungsdruck umgegangen vor allem bei einer schlechten phase was heißt schlechte phase ich hatte sowas also ich hatte eigentlich sowas nie wenn schon mal verletzt so wenn ich verletzt bin ist schlechte phase wenn ich fit bin ist eine gute phase es gibt ich finde es gibt keine schlechten phasen entweder du bist einfach du bist einfach der spieler der du bist so du hast deine confidence du weißt was du kannst du weißt was du was du zeigen willst was du zeigen kannst zeigt halt wie krass er gewesen sein muss ja und einfach mit dieser selbstsicherheit selbstbewusstsein das auf dem platz zu bringen dann machst du dann machst du dein shit oder dann kackst du sie nicht ein leistungsdruck hin oder her performt tust du schon so aber dank für zwei monate und ob denn mein größtes spiel war zum beispiel bei 55.000 zuschauen in düsseldorf in der kanal wie die arena ist merko arena oder so war zwar nur so ein freundschaftsturnier diese zwar diese winter was so ist wie audi cup keine ahnung wie das heißt aber ich muss auch sagen da man blendet das komplett aus man merkt das gar nicht wie viele zuschauer da sind so man guckt nicht mehr hoch von daher ist es auch weil der platz ändert sich nicht also nervös sein hemmt euch nämlich nur das einzige was euch hemmt ist nervös zu sein wenn ihr euch unsicher seid wenn ihr zögert wenn ihr nachdenkt dann spielt sie nicht so wie ihr spielen könnt bei viel pass hat man doch keinen bock mehr bayern zu nehmen das kenne ich das kenne ich wenn man besonders auf sechs dass wenn man so weiß die situation könnte jetzt eklisch werden dann forderst du mal nicht den ball oder so oder weil du angst hast den ball zu verlieren in zukunft aber genau das darf nicht passieren du musst immer den ball wollen du musst immer den ball wollen nervösität ist doch eigentlich was gutes nein ich sag 0,0 telekom cup habt ihr spielen sehen ja dann war das telekom cup wenn du nervös bist dann bringst du nicht das auf den platz was du was du eigentlich kannst wenn du nachdenkst darüber weil du dich so konzentrieren musst wie du jetzt passt oder sonst was nur weil du so angespannt bist dann verschwendest du deine gedanken dahin anstatt zu denken was du machst so wenn du nachdenken musst so ich nehme jetzt den ball genau so an und jetzt schnell wieder weg so dann oder du bist du musst auf dem platz befreit aufspielen nur dann bist du das beste von dir ja das war also ich will mir nicht vorstellen was also wenn man es dann nicht geschafft hat ich weiß ich sitze manchmal zu hause und denke mir so was muss das mit einem jungen machen du zockst da jetzt zöhnpien zu liegen und dann sagst du mir das ist ein zladen auf dem platz manche sind besser bei nervösität manche schlechter ich hab noch nie einen gehört der besser ist bei nervösität was ja sowas sagt eigentlich muss doch dein kopf komplett leer sein während des spiel ohne nachdenken ja so spielt man am besten so spielt man am besten auch dann beifall auf sechs schwer wenn man fehlpässe vorher hatte ja ja nicht mal bei fehlpässe schön wenn man einen pass bekommt und man nimmt den ball an und man und da verspringt oder so und dann nächsten mal forderst du den vor dass du den dann nicht oder so aber das ist auch nicht passieren so als es hat ich das kenne ich ja selber aber das soll am besten nicht so sein das spieler den druck lieben ja wenn ich mir überlegen ist bei denen auch das ist dann auch nicht druck sondern also es ist druck in termen anspannung aber nicht nervösität druck ist was also anspannung ist das andere als nervösität was muss das mit einem jungen machen also ich muss das konzentriert was das video vielleicht mal weiter schauen mein freund dann geht links geht auf youtube guck dir selber an diese glücksgefühle und so ist alles ich kann über slattern kann ich nur eine sache sagen ich habe ja mittlerweile jetzt echt ein paar jungs auch gegen gespielt jetzt viel messi viel neymar ronaldo tatsächlich ich nicht aber gar nicht nee gar nicht gar nicht aber kian mbappé weil wir auch immer aber bei slatern waren auger ja das war eine auger ja ja das war anders das war der wand der typ war eine richtige gestalt so ist so und du da warst du auch so da hast du richtige ehrfurcht gab beim klar wenn du auf dem platz bist bei messi weißt du das kann ich jetzt nicht verteidigen also weil der findet trotzdem seinen weg mbappé geschwindigkeit neymar auch alle unfassbar aber ich hatte eine aura also wirklich der war so da und du denkst dir nur so der ist krank der typ er ist einfach in allem was der macht weißt du mal drei butzen gegen uns gemacht haben viele verloren das ist so geil werden einen winkel geknallt und zwei andere dinge auch gemacht das war okay ich hätte sowas mal gerne gesehen du versuchst mir gerade so ein bisschen bildlich vorzustellen aber ich kann mir komplett vorstellen was du meinst also natürlich ist auch ein krasser fußballer aber einfach so seine seine anwesenheit macht auch so viel aus glaube ich glaube wenn du mit dem in der mannschaft spielst also das kann natürlich auch einen kaputt machen aber ich glaube wenn du mit dem ich glaube slater kann auch einen richtig ficken wenn er keinen bock auf sich hat die drei war dann für acht monate brand's eltern wohnen nehmen und wohnen nehmen in bremen da hat denen damals den dicken mercedes geschenkt und er war auch oft da aber aber wollte nie fragen weil privat aber das also spielt es noch mal danke für acht monate was automatisch ist mehr ein bisschen mehr selbstbewusstsein besser bei der 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 hat so eine weiß ich nicht so eine souveränität einfach der denkt also der er erzählt das nicht nur der denkst du lieber profi sein oder bist du so zufrieden kommt auf allem wo profi ich werde jetzt nicht gerne bei elversberg profi sondern so dass ich james league spiele oder europa league so so ein verein nicht nicht zweite dritte liga oder so wiesbaden ein galla wobei ich wird direkt obwohl kann auch sein dass dass ich dann zu oft die senji bombe bekomme freilig dank für zwei jahre verändern nein aber wenn galla wäre schon cool ja galla kann entweder sein entweder die feiern mich richtig obwohl bei galla ich weiß ganz genau dass wenn ich einen fehler mache wie die mich beleidigen würden wenn ich wenn ich mit musti galla spiele gucke bruder alter schwede wenn also die beleidigen ikadi bei jeder bei jeder aktion wenn dann wenn er eine chance nicht rein macht er hat davor zwei tore gemacht steht zwei zwei er macht schießt fosten die sagen und so und so ich glaube ich hatte keinen bock ich glaube ich habe keinen bock auf dinge der ist davon überzeugt das ist das krasse bei dem also das ist ja deswegen kaufen dem die meisten menschen das ja ab und sagen nicht was ein laberkopf sondern der ist davon selber überzeugt also ist es das land ist der grade ist also glaubst du auch an sowas so dass mein set ja selber im kopf sagst du darfst du darfst du darfst das nicht selber irgendwann belächeln also nicht selber dann nicht mehr ernst nehmen wenn du dich selber nicht mehr ernst nehmen dann hast du schon wieder verloren stecken du musst das wirklich hat knallhart von die glauben irgendwann irgendwann hatten sandro wagner angefangen ja auch so ein bisschen ich bin sandro wagner sandro ist übertrieben gut das ist der mini slattern aber der war auch so überzeugt davon irgendwann sandro war richtig krass der war kurz bei hertha ich habe leider nicht mit ihm zusammengespielt aber die meinten alle weil er hat ja er wurde ja gefickt bei hertha hat in der u23 gespielt und die aus u23 mit denen ich dann irgendwann war die meinten dass er richtig krass war er hat ja dann bei hoffenheim auch ein paar glocken gemacht der ist nationalspieler geworden und so was also ich glaube schon dass und ich würde sagen sandro auch ist ein wahnsinn der wird ein wahnsinnstrainer das kann ich jetzt schon sagen aber ich glaube nicht dass es viele gab die damit gerechnet hatten dass sandro wagner auch nationalspieler wird ich sage sehr wenige weißt du und das ist das ist so finde ich ein gutes beispiel für dieses mindset und der glaubt übrigens heutzutage ist er immer noch davon überzeugt das ist das geile an sandro das ist das geile an sandro wagner so wie er im fernsehen rüberkommt ich kann mir komplett vorstellen dass auch so ist so aber immer auch auf einer also wirklich auf einer guten art und weise mit dem ich habe eine gottlose story von ihm die kann ich nicht erzählen und dann ist halt ein guter mensch aber er ist sich selbst am wichtigsten und das finde ich irgendwie auch gut wie ging es dann weiter dann war bist du gestanden aber die spieler geworden es war ein bisschen eine chaos zeit dann weil wir der damalige trainer war sami hüppier an autobich auch bruder er ist auch verrückt also was mir tino da immer erzählt lazaro er ist ja auch österreich nation mit ihm wurde der gefeuert wir haben ihn gegen haas ja auch mit weiß das mit hilfe von renny adler weil ich habe einfach in die mitte geschossen der ist ihm halt so ein bisschen über den arm gerutscht daraufhin dann werden wir verloren heiko westermann durch das tor des monats geschossen gegen uns und dann wurde gefeuert und dann kam ein neuer trainer und die letzten sechs sieben spiele habe ich tat er mich dann doch der ich dann stamm spielen das spiel vor angeschrieben sagen war es sogar auch gebombt ja ich habe mich so ganz leicht ich habe dann noch ein zwei tore gemacht und vorlagen und wir haben dann tatsächlich auch die champions league noch erreicht dann das war aber ein übergang also interimstrainer ok im sommer kam dann ging es also ging natürlich weiter ich war mehr und mehr ein gestandener name oder ein spieler und kam der trainer und dann gegen so ein bisschen die zeit in leverkusen erst richtig los da gab und dann kam kai wie cool war kai x julian brandt bei leverkusen geil kliff dann einfach top war ja und und auch mit echt mit geilen spielern gespielt soll das haben ich habe heute deine ihr gesehen start startleine lieblings elf waren es alle spiele mit dem zusammen gespielt hast ja du solltest du wirklich nur die nehmen genau ich habe keinen mbappé harland reusson havertz weiser mit auch richtig gut aber leno gegen den habe ich schon mal gespielt jonathan tag in der schon gespielt mal zum ist gegen der schon gespielt da kann ich nicht weiß habe ich zusammengespielt gegen kai habe ich irgendwie nicht gespielt gegen die alle nicht gespielt gegen reuss habe ich gespielt gegen handel nicht kein messi kein rollo niemand und ich hatte ja eine arschkarriere ich finde das so ein bisschen klar also wenn ich jetzt wenn wir jetzt ronaldo messi die ganzen spieler sie dann und so das ist aber ich finde das so ein bisschen so das ist so dass ich so in jeder gerade realisiert dass ich dich 2009 zu meinem cup in düsseldorf live gesehen hat das war vor fünf jahren 2009 10 alter das ist gar nicht so lange her dass ich da noch so kurz so das war der anfang vom profi gerade jeder zweiten und ich fand das so geil mal ein bisschen so meine mit wem ich so gespielt habe das war echt nicht leicht weil ich tatsächlich dann doch mit mehr guten spielern also richtig guten spielen gespielt haben als ich dachte sonn brutal berlin haben auch das kann sein also wir haben gegen düsseldorf gespielt und dann ich weiß es nicht mehr kann sein dass glattbach und bayern da auch noch waren und noch irgendein team andreus die ganzen jungs ich glaube ich habe da nicht mal spieler wie ein sancho war nicht mehr drin weil es war einfach kein platz mehr ich habe mich selber auch nicht reingenommen ich habe gesagt ich gehe auch weg ich nehme einfach nur die jungs mit denen ich zusammengespielt habe einfach hertha bayern düsseldorf heißt hätten wir gegen düsseldorf und wir haben verloren gegen düsseldorf bei der welt hätten wir gegen die gewonnen dann hätten wir gegen bayern gespielt hat er echt bock gemacht genau das war am ende leverkusen zeit wir haben wir verloren so weich war ich fünfe und halb jahre ist sehr lange auch fast das fünfte jahr war ich will machen und dank für zwei jahre jetzt mittlerweile fast elf zehneinhalb jahres fußball und dann dort noch mal am big step würde ich jetzt machen jetzt gerade aktuell ist ein bisschen wenn du das wenn du jetzt bekommst wie es natürlich medial abläuft wie es von der von der landschaft der fans einfach aussieht ja meine ich auch stimmt und wir hatten zwei teams wir hatten zwei teams gegen gladbach da die eine mannschaft gespielt gegen das zeit gespielt ich habe gegen düsseldorf gespielt deswegen habe ich nur das macht das mit der elf auch nach video ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern mit wem ich alles gespielt habe und so das verschwärter oder gegen wen ist einfach das wenn du im stadion bist so weiß ich möchte sagen größere verein weil sonst gibt es wieder die leverkusen fans die jetzt sagen werden so und so aber man muss einfach ehrlich sagen nein lieber hat es ist ein geiler verein also ich finde auch ein absolut unterschätzter verein natürlich weil jetzt natürlich in diesem land so ein bisschen ja immer darauf geschossen wird hat jetzt nicht so den hintergrund und und wie auch immer aber ich finde leverkusen so team jetzt ist gefühlt alles nur härter dann und mit leder sein kann auch gefühlt alles nur härter ein bisschen nach so ist ein brutaler verein und ich sagte ja auch ganz ehrlich also jetzt sind wir ja sehr viele punkte abgeschlagen auf leverkusen das ist eine mannschaft der ich das wirklich von ich habe bock nächste woche auf thailand du aus tiefsten herzen gönne dass die diese meisterschaft holen ja unabhängig davon aber auch einfach vom weil ich weiß ich kenne ja die die mitarbeiter im verein ich kenne etliche etliche fans des vereins und ich wünsche ihnen das wirklich also ich weiß dass wir wir spielen jetzt noch gegen leverkusen bald ich weiß auch dass wir die drei punkte bitter nötig haben aber ich glaube auch selbst wenn wenn es so wäre dass wir erfolgreich werden werden sie es schaffen ich glaube auch dass ich dieses jahr und es tut auch mal gut es ist gegen bayern fans aber es tut auch mal gut dass wir mal einen anderen meister haben sorry ich mal so sage jetzt egal wer es wäre ich glaube dass er dort sein können ich sage immer generell ich glaube den bayern tut das auch ganz gut ich glaube dass es ja ich habe irgendwie nicht so bock auf new york irgendwie keine ahnung ich weiß nicht wohin omad und roth hätte ich das schon mal vielleicht noch elders und jalla ihre entwicklung einfach weißt du ja vielleicht haben sie noch gebraucht wenn du immer erfolgreich bist dann geld ich gesagt vielleicht auch mal hier und da sich wieder ich habe voll bock auf den urlaub einfach mal ohne handy einfach so aber dass ich eine woche weg bin so ein bisschen ja ich will nicht sagen dass man weniger prozent macht weil das ist bei bayern nicht der fall aber wo vielleicht wenn eine andere mannschaft dich pusht dann kommst du noch mal zu ganz anderen leistungen weißt du und ich glaube auch dass das bayern gut tun wird für die nächsten jahre also ich kann mir auch vorstellen dass die ich meine ohne videos zu machen ohne content zu machen irgendwann mal also das ding ist ich arbeite wirklich jeden tag entweder streame ich oder ich wenn ich was wenn ich nicht streame dann blogge ich irgendwas oder ich mache keine ahnung was wenn ich im urlaub bilden dann blogge ich jeden tag ich mache keinen urlaub so jede sekunde die ich immer wenn irgendwas passiert mache ich eine story irgendwas irgendwas ist was interessant ist gibt es ein video so einfach mal abschalten ist ja wieder richtig ich kann ich das ding ist ich fühle mich mittlerweile so gezwungen weil es so automatisiert ist in mir dass wenn ich im urlaub bin oder so dass ich den content der da entsteht dass ich das machen muss hochladen muss gemacht kann alles passieren aufgrund von ich kann es ich fühle mich in meinem kopf gezwungen das zu filmen und so ich kann nicht ohne ohne film es geht nicht ich kann nicht abschalten und das ist ja nicht so dass sie mit drei punkten führen sondern die punkte führen ja selbst vorbei mit sehr sehr vielen punkten und dementsprechend dass das auch nicht ist genauso wie es uns nicht passt das muss man ja ganz klar so sagen dann kam dortmund ja es war tatsächlich ein schon ein großer schritt muss ich sagen sorry ganz kurz voll vergessen wann war nationalmannschaft war da war das schon bei leverkusen ja ja es war 2016 14 gekommen ich habe dann zwei jahre in leverkusen gespielt und hatte dann zum ende der rückrunde hatte ich eine kleine streak von fünf sechs tonne hintereinander ein paar zerquetsche vorlagen wahrscheinlich und daraufhin dabei am dann in frankreich ja und dann hat der jubi löw nicht in dieses vorbereitung ist fühle mich schlecht wenn ich ein tag in stüme da mussten aber noch vier gehen und von den vier war ich dann sozusagen ein aber für mich war trotzdem total war immer noch mal so was so weil du hast ja schon sag mal du hast ja schon ein paar jahre warten schon profi gewesen war das noch mal so und doch mal irgendwie ein step so nationalmannschaft auch so vom gefühl her also auch noch mal aufgeregt und so er hat das ja doch doch weil weil das war noch so ein bisschen das war so das ende der 2014 ära also du hast dann noch schweinsteiger mit ihr mitgenommen hat auch kaputt gemacht mitgekriegt klose war dann noch 2016 und das war schon das war schon geil so weißt du weil das war so das waren die top stars und also die welt stars in deutschland und die haben ja auch alle gespielt international das war dann noch mal ein anderes niveau das war schon geil so das hat echt spaß gemacht und danach wurde es ja noch dann war ich sozusagen für das turnier wurde ich dann sozusagen raus und 34 jungs bin aber in der nationalmannschaft sozusagen bei den maßnahmen mal geblieben also wenn er spieler waren war ich wieder dabei und dann ging es so ein bisschen los dass du dich da so versucht das zu etablieren also es gab es dann quali spiele kam die wm 2018 ich weiß es nicht du warst dabei genau also tatsächlich bei mir war es immer so im war ich nicht dabei und wm war ich dabei ein bisschen strange nach dem thema muss ich ansprechen naja sorry wie sieht es jetzt aus em 24 in deutschland wir wollen an juli an brand sehen ich glaube dass ich glaube dass es am ende das war glaube ich jedes jedes interview kommt einmal du wenn du das mal ein bisschen verfolgst wie die medien jetzt gerade so drauf sind dann wird es jetzt nächsten monaten extrem viel es werden es gibt spieler die anscheinend in der nationalmannschaft sein sollten es gibt welche die nicht da sein sollten ist und es beendet sich auch hier alle zwei tage weil es immer dann wieder darauf ankommt neuer bundesliga spieltag kommen mal jeder zwei tore gemacht ist das nicht einer viel nationalmannschaft kommen der spielt schrott der sollte nicht mehr dabei sein und das ist so viel chaos ich glaube dass in den nächsten zwei monaten einfach eine menge passiert so und deswegen ist es echt schwer zu sagen außerdem ich habe es selber so ein bisschen auch erlebt ich bin wirklich kein mensch der irgendwem was schlechtes wünscht aber es passiert leider vor turnieren auch so dass das auch gewisse ja das ist gewisse sachen sich ändern weißt du was ich meine und dementsprechend was das angeht muss ja es ist das ist halt das alltägliche fußballgeschäfte also dem entsprechen und man kann einfach warten ich wünsche ja es ist jetzt natürlich dann so dass jetzt bei der märzländerschiebe macht bin bin ich jetzt nicht dabei genauso wie manch andere spieler aber das heißt ja nicht dass das man jetzt aufgibt so dementsprechend ich habe außerdem auch jetzt einfach noch ein paar themen im fein also wir müssen jetzt auch noch punkte holen wie du gesagt dass wir sind im quittelfinale da kommt das eine nach dem anderen also ich glaube jetzt gerade kommt es gerade so wieder ein bisschen aber jetzt auch ein bisschen eine schlechtere phase oder ja ja also muss man ja jetzt nicht unsere beste saison das muss man ja das kann man ja ganz klar